rès ok so viel fehler habe ich jetzt? ja jetzt nehmen wir die Quest an, die ich da gesehen habe mhm mhm also bitte Hier, ja. Die Bande von Rennen. Oder so ein Hochwünschen. Nein, können wir runterspringen und abgeben. So nebenan. Looten, dankeschön. Du darfst. Du bleibst jetzt runter. Hallo. Leg doch. Ach. Die Allianz hat uns einen großen Gefallen getragen. Es gibt wie eine einzige Kiste. Ja, kann man sehen. Schön, gut, ja. Na, wir werden sehen. Kann ja auch reiten, ne? Ja. Sollte so. Ich weiß nicht, wie die Kiste. Ja. Eventuell. Tchup. Wie glaubst du? Definitiv eventuell irgendwo gucken. Irgendwo hier. Hier oben ist irgendwas. Solchen Vorreiter verlassen. Das müssen wir auch noch machen. Guck mal, da sind ja verschiedene. Nördlich, äh, östlich und westlich. Mhm. Ich sag's ja nur. Dann sind wir hier falsch, ne? Lass erstmal ein anderes Ding machen, wo du gehen wolltest. Ja, dann füge. Wieso ich? Du wolltest auch grad ein bisschen. Ja, das sind wir falsch. Wir müssen irgendwie hoch, ne? Hm. Ach. Guck mal, die irgendwie hoch? Guck mal, die irgendwie hoch waren. Ja. Wie ich sagte, ne? Achso, hier, ne? Weg nicht hoch. Oh, ne? Oh, das Erd. Oh, wo tut dein Erd? Ja, schön. Ja, weiter weiter. So. Die Knie. Oh, das muss ich auch noch. Lieden. 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 Lieden hier. Das ist irgendwo da oben. Ja, ne? Zisch, zisch, zisch. Ja, wollen wir mal gucken, wie wir da hochkommen hier. Kein Haken? Oder ja, da ist ein Haken. Irgendwas ist da oben. Wupp. Oh, shit. Das hat ja gar nicht funktioniert. Oh, kacke. Unsichtbar. Apothekerin, da ist diese, irgendwo da ist diese Apothekerin irgendwo. Die Apothekerin muss weg. Wo ist die denn überhaupt? Ja, nicht oben. Einfach unten. Die ist unten hier. Ich sehe es nicht. Da ist irgendwo oben in der Kiste. Da kommt noch so ein Inquisitor. Ach du Scheiße, ich habe kein... Du bist gleich tot, ne? Ja. Was war das denn, geht hier? Wieso bin ich gleich tot? Habe ich mich. Ja, da sind auch so Zeug, wo du nicht drin stehen. Da sind so, ne? Obst du da drauf, habe ich gar nicht geachtet. Ja. Der ist ja krass. Ich meine, der sieht cool aus, der Inquisitor. Oh, scheiße, ich bin auch gleich weg. Siehste? Siehste? Du bist dort, oder was? Ich bin kurz vor... Dabei. Zieh mir mal die Agro ab. Oh, scheiße, ich bin gleich weg. Ich bin echt gleich weg. Ich muss mal eben flüchten hier. Ich bin auch gleich weg. Ich bin weg. Ja, das ist natürlich scheiße. Tja. Ja. Geil. Doch. Ich glaube, das war mein eigener Fehler, weil ich zurückgeflogen bin und ich habe die Flügel nicht ausgebreitet gekriegt. Also ich war jetzt gesprungen und dann... Ich hatte ja nur noch 7000 Leben. Aber schön, dass ich vorher gegessen habe und alles. Ja. So, dann würde ich ja nochmal essen. Sieh, die wird nun gezahlt. Die ist aber auch alles versifft, ey. Ich kann nur wieder von rennt da hin, ne? Wo rennt wer hin? Die Apothekerin ist wieder da. Aber... Ich glaube, die brauchen wir gar nicht zu machen. Doch. Die Apothekerin irgendwie... Aber die sind irgendwie sich da auch mal nicht. Pass mal auf jetzt. Ja. Die blöde Kuh ist wieder da und kriegt auch noch. Also ich habe das Banner hier jetzt gemacht. Den solchen Vorrat. Scheiße. Ich habe noch mal gesagt, nee. Ja. 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 Gute Geschichte. Gut. Was wäre eine Geschichte? Ich komme mal eben zu dir. ist das für dich fertig? Wie heißt diese Quest? Mit den Seuchtenvorräten, die hier kämpfen. Müssen weg, sonst kommt die wieder. Schnell, 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 weg, weg, weg. Gott, die kommen aber wohl nicht. Was sind denn die Punkte? Ach, Märchen, was willst du denn? Müllverbrennung heißt die Quest, ist sie fertig für dich? Ja. Keine Ahnung, jetzt weiß ich auch warum das so schwer war, der ist ja 110, der Inquisitor. Gut, den können wir abheben. Na dann? Auch da oben in deiner Kiste. Naja, jetzt kriegen wir sie halt nicht. Wir haben sie unbedingt genommen. Okay, wo muss man jetzt hinlaufen? Ich guck ehrlich gesagt nicht so auf die Karte. Ich Till! Dumdeldelm! So. Ein Volk hat so lange gelitten... Wshawna, warum muss er von mir sagen ... O makeup! Oop! Die sind gut, die Wickel! Siear, mit ihr Sex? Mahlzeit! Kaule und Kaule Speerposten. Die übelen Händler? Was geht euch durch den Kopf? Weg und das und dies und das. Und jenes! Und dann. Das kann man wieder nicht. Mit Kaule und Kaule. Okay. Ist die denn jetzt schon? Kier. Hm, ja, da. Sie nicht. Ah, okay. Ich glaube, das ist wieder gut. So, ja, okay. So, vom nächsten Flugplatz aus könnten wir ja mal kurz nach Taleran, beziehungsweise, hm. 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 So. Das ist eine... Was ist... Wer ist sie denn? Wer ist? Eine Weberin. Das ist eine Weberin. Wer und die hoch hier beleuchtet... Könnte das hin kommen. Irgendein Amor. Der ist aber unten. Das ist nicht gut, das bringt. Gut. Ja. Link und rechts könnten wir, wozu ist. Links. Da. Ja, ich will ja nur eben... So, die Splitter. Das sind die wohl die Dinger, die da hinten sind. Achso, ich muss erstmal Dinge angucken. Oder... Untersuchen. Den müssen wir killen. Die fetten Neuer. Okay. No... Auf die Glocke, auf die Zwiebel und... Zack. So, Splitteres Kerker Masters. es 2 oder 2 und oder wird abgeschlossen der wenn nicht das sturm schmiede mann mit einem momentan wird wurde zu berichten die siegern der bürger wurde der top-up jetzt müssen wir dann weiter hoch die hoch 8 und die mit acht mehr margot ja, oder was? Ist das ein Bonusziel? Ja, auch. Ein Bonusziel gibt sie auch. Ach, das ist ja cool hier. Ja, das ist das. Okay, wir müssen dem alles gelingen. Alles. Hier, ich hüpke mal rein hier. Pull, 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 pull. Wo hast du den? Alter, geil. Das Fetzen fällig. Schade, dass man nichts looten kann, ne? Mhm. Okay. Wollte mal, ich reite da mal eben. Dann hol mal ein paar hier. Oh, hier sind wir so ein fetter. Ich hab hier noch so einen fetten. Ei, 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 der Daus. Ich hab hier noch was. Sieh, 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 sieh. Seh, sieh, sieh, sieh. Ja, dann hau schnell ab oder so, oder geh weg oder so. Die müssen wir vernichten, diese... Und die Portale müssen wir auch killen Ich hab jetzt wieder volles Leben So, das Ding hier muss auch irgendwie weg Irgendwie... Muss man das auch mit diesen Effekt-Ding machen hier oder was? Hallo? Ja, also die Dinger kannst du mit Rechtsblick kaputt machen Ja, funktioniert hier nicht... Okay, jetzt hab ich das schon mal verschwendet Wenn du angegriffen musst... Nein, da ist ja auch noch so ein großes, da wollte ich ran Das leuchtet auch Das, das... und schmitten Tja, das meinte ich ja Das war nämlich jenes Ach ne, mit dem Ding da... stumm geschmitten Jetzt wollen Selbstwertig auch Wollte sie nicht... Ich bin im Kampf Ich bin im Drache Und jetzt bin ich auch gleich mal tot Weil hier so ein scheiß Elite-Ficker ist Ach, siehst du, der muss auch... Ach, siehst du... Ach, siehst du... Du hast so ein Horn Du hast so ein Horn Stumm geschmiert ist das Horn An der Quest rechts Ein dämmende Flut Hörst du uns diese Flut von Abschaum ein Weißt du das? Ja Ja, das musst du nutzen Und nun? Ja, wir haben noch zwei Portale Na dann, führe Da sind noch irgendwelche Banner, hab ich grad gesehen Die kannst du auch, für die... Ne, sag schnell Die ganz... für den... Na ja Schade, dass es keine EP-Peli gibt, oder? Äh Das wäre ja richtig was hier Ein wenigstens ein bisschen, ne? Da... Taaak 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 Das kann mal da hinten so kleine Ding Taaak 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 da war es nur noch eins oh der Fette der muss auch weg ich bin außerhalb und der Bescheid hier wir kommen und dann ich muss ja ist gut und aus ihr st Der da ist noch so ein kleines Ah, geht tot man Okay, ist fertig hier Ein Portal Ja, aber ich mein das Bonusding irgendwie Ups Ups, ich hab da irgendwas geholt Ach so Hm Das passiert Das passiert Das passiert Das passiert Oh, das passiert Oh, das ist kaputt Shit Das war Dreckhülle Und unten hier, oder? Was? Sehst du den? Ja, ne, das ist ein Spalter, der Ding ist Oh, der muss ja hier unten sein Da ist er unten Mal sehen Scheiße Okay, das war so nix 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 Du redest mal einfach durch, ne? Ja So, so bin ich fast Es war einfach Mh, 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 mh Zuck, 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 zuck Zuck, zuck, zuck Böck, zuck, zuck Zuck, zuck, zuck Zuck, zuck, zuck Was denn? Lassen wir mal den Kumpel rum Na, sitz drauf Ich kann mal nicht schwen mit der dritte rutschmeiß weil du einfach nur juckst wie ein Flo da schmeiß ich mich nicht runter und schmeiß ich mich nicht runter Schokolade hast du Schokolade tun? nö ich bin ja Anti-Schokoladen-Haushalt kommst du jetzt hoch oder was? kommst du hoch hier? hallo nervt doch mich, ich bin doch hier man hier geht's ja immer noch mit den Lörnern, ok ein nicht ein nicht gläser so 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 so